Die Insel Teneriffa hat ein sehr gutes Klima. Es ist ein wunderbarer Ort, um ihren Urlaub zu verbringen, um sich zu spannen, um die Landschaften und Strande zu genießen. Es gibt das ganze Jahr oben gutes Wetter und die breiten Strande machen es zu einem attraktiven Touristenziel, dass sie das Meer zu jedem Jahreszeit genießen können. Es gibt viele Aktivitäten, die auf der Insel durchgeführt werden können. Und es gibt alle Arten von sehr guten Hotels. Das Hotel GF, Gran Costa Adeje Hotel, befindet sich in Adeje und in der Nähe des Strandes durch luxuriösen Einkaufszentren und einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten. Es hat Blick auf das Meer, den Garten und die Jesche Quimbele. Das Hotel verfugt über fünf Stellen. Das fünf Stellen Hotel hat sechs Etagen, 433 Strande Doppelzimmer, Imperial Suite, Royal Suite, 14 Senior Suite, Familienzimmer, Doppelzimmer mit mehr Poderpublik, kostenloses Villen, Fachplatz, Spa, drei Restaurants und vier Bars, Pool und Fitnessraum. Eine Imperial Suite kostet 504 Euro pro Nacht mit Frühstück. Die Imperial Suite verfugt über 208 Quadratmeter. Sie verfugt über Terrassen mit Meerblick, Solarium, Klimaanlage, Doppelbett, Bademantel, Balkon, Bad, Safe, Heißung, Fenster, Eche, Reiptisch, Wegdienst, Telefon und Film. Die Uhrseiten. Die Frühstückszeiten sind von 8 Uhr bis 10 Uhr. Die Mittagspause ist von 13 Uhr bis 14 Uhr 13 Minuten. Die Abendessenzeiten sind von 20 Uhr bis 21 Uhr 30 Minuten. Das Freizeitangebot ist groß. Die Aktivitäten, die Touristen empfohlen werden, sind Das Biospa bietet eine Sauna, ein tuchisches Bad und eine Fieldpool. Nehmen Sie an den Aktivitäten der Poolballstil. Genießen Sie die Aktivitäten mit den Kindern im Miniclub. Planen Sie die Shows live zu sehen. Im Hotel finden Sie Aquajin und Wasserballspielen. verеньen Sie die erste Malen. In der Stadtverschlein, die Stadtverschlein, die Stadtverschlein, in der Stadtverschlein,